Die App der Schweizerischen Herzstiftung Leben mit Herzinsuffizienz unterstützt Sie im täglichen Umgang mit Ihrer Herzinsuffizienzerkrankung. Die App informiert Sie über das Krankheitsbild, unterstützt Sie bei der Selbstkontrolle und enthält einen Medikamentenpass sowie ein Herztagebuch. Besonders praktisch, lassen Sie sich die Texte in der App vorlesen. Bei einer Herzinsuffizienz ist die Funktion des Herzens aus Pumpe geschwächt. Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen und Ursachen einer Herzinsuffizienz und lernen Sie, Ihre Lebensqualität aktiv zu verbessern. Den eigenen Gesundheitszustand richtig einschätzen heisst, Zeichen der Verschlechterung rechtzeitig zu erkennen. Die App hilft Ihnen, bei allfälligen Alarmzeichen rasch zu reagieren. Mit dem Herztagebuch behalten Sie Ihr Gewicht, Ihren Blutdruck und Ihren Puls stets unter Kontrolle. Mit der Grafikoption beobachten Sie Ihre Werte auch über einen längeren Zeitraum. Exportieren Sie ausgewählte Werte in ein übersichtliches PDF. Damit können Sie Ihre Werte einfach an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin senden. Im Medikamentenpass können Sie all Ihre Medikamente und Dosierungen hinzufügen, die Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin verordnet hat. Die App erinnert Sie an die tägliche Einnahme Ihrer Medikamente. Möchten Sie Ihre Daten aus dem Medikamentenpass mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin teilen? Wählen Sie Hochladen-Medikamentenpass. Daraufhin werden Ihre Daten mit einem Code verschlüsselt. Diesen Code können Sie mit den beteiligten Personen in der Praxis teilen. Das medizinische Personal kann diesen Code im Bereich Herunterladen-Medikamentenpass eingeben und hat dann kurzzeitig Zugriff auf Ihre Daten. Je mehr Sie über die Herzinsuffizienz wissen und je besser Sie mit Ihrer Erkrankung leben, desto wohler fühlen Sie sich. Diese App hilft Ihnen dabei. Herzinsuffizienz stark für ein schwaches Herz Die Schweizerische Herzstiftung Die Schweizerische Herzstiftung